Gesangsbearbeitung TC Helicon ist die renommierteste Gesangsprozessor-Technologie der Welt. Diese fortschrittliche TC Helicon-Technologie samt Effekten und dreistimmigen Voice Harmonizer ist in Ihrem PA 900 integriert. Probieren wir es aus. Schließen Sie ein Dynamik-Mikrofon mit Klinkenstecker an den linken Audioeingang an. Prüfen wir zuerst, ob der Mikrofoneingang korrekt zugewiesen ist. Global-Taster drücken, Audio und Video antippen, Audio-In-Tab wählen und prüfen, ob Input-Routing auf Left-Into-Voice-Processor gesetzt ist. Drücken Sie Exit. Machen wir einen Versuch im Style-Play-Modus. Wählen Sie aus der Unplugged-Kategorie den Style Unplugged Heaven. Drücken Sie Exit. Drehen Sie den Mic-Input-Gain neben dem Mic-Eingang auf, bis die Audio-In-LED beim Sprechen oder Singen grün leuchtet. Verringern Sie den Gain, wenn sie häufig orange oder rot leuchtet. Drehen Sie Mic-Volume ganz zurück und schalten Sie die Mikrofonsektion mit dem Mic-On-Off-Taster ein. Drehen Sie Mic-Volume langsam auf. Tippen Sie auf das Mic-Tab, um das Mic-Feld aufzurufen. Es sind mehrere Vocal-Harmony- und Effekt-Presets verfügbar. Das erste namens Chord-3-Voices ist vorgewählt. Dieser Regler steuert die Stärke des Reverbs und oder Delays im Preset. Hier kann man seine Stimme mit dem Equalizer bearbeiten oder mit Effekten wie Kompression und Gate. Details finden Sie in den PDF-Handbüchern. Jetzt fügen wir Harmoniestimmen hinzu. In diesem ersten Preset sind sie schon eingerichtet, aber ausgeschaltet. Der Harmonietaster aktiviert Sie. Spielen Sie links einen Akkord, der die harmonischen Informationen liefert, und singen Sie. Der Assignable-Regler steuert standardmäßig die Lautstärke der Harmoniestimmen. Es gibt Presets für viele musikalische Anwendungen. Dieser Preset-Taster öffnet die Preset-Liste. Gehen Sie einmal zum 9-16-Tab und wählen Sie Chord-1-Voice-Up. Hiermit wird auf Basis des gespielten Akkords die nächste Note über Ihre Stimme erzeugt. Oder wählen Sie Chord-1-Up-1-Down. Das gleiche wie beim vorigen Preset, aber zusätzlich mit einer Note unter Ihrer Stimme. Drücken Sie Exit. Im Songplay-Modus können Harmonietöne von einer Songspur empfangen werden. Normalerweise Track 5 bei vielen kommerziellen Standard-Midi-Files. Ich verwende das MIDI-File Nobody. Drücken Sie Preset und wählen Sie im 1-8-Tab das Voice-Preset Notes 3 Voices. Jetzt Exit und dann Play drücken und singen. Vielleicht möchten Sie bei einer Live-Show zum Publikum sprechen, während ein Style oder Song läuft. Wählen Sie im Mic-Tab einfach Mic Talk. Sobald Sie sprechen, wird der Musikpegel verringert, damit man Sie besser hört. Drücken Sie nochmals Mic Talk. Die Einstellungen zu der Funktion finden Sie im Global-Modus. Die Einstellungen zu der Funktion finden Sie im Global-Modus.